Hallo, hier ist der Martin von ManiWank, hier ist das die DAX-Analyse für nun Freitag, den 4. Juni 2021 und uns auf DAX hat seinen Boxenstopp vollendet, den wir gestern hier eingesetzt haben und scheint es ein bisschen eilig gehabt zu haben, beziehungsweise haben die Jungs gute Arbeit geleistet, ihm hier ein bisschen Druckbetankung gegeben und das sieht doch ganz positiv erstmal aus, zumindestens, was jetzt zum Tagesende übergeblieben ist. Wir haben darüber gesprochen, dass oben die 600 wichtig ist, unten die 550 haben darüber gesprochen, dass man ein bisschen aufpassen soll zum Donnerstag, wenn er dort auskommt, wenn da unten im Bereich 500, 55 dicke grüne Stundenkerzen kommen, dass man dann aufpassen soll, weil das Ganze dann auch ganz schnell bis 6,70 nach oben rausgehen kann zum Tagesende und mit etwas Schub. Wir hatten auch kurz über einen kleinen möglichen Pullback gesprochen, auch wenn, ist er ganz ehrlich gar nicht so favorisiert gewesen. Also, dass er Pullback macht und hoch, hätte ich jetzt persönlich nicht so gedacht, aber so von der Bewegung hat das schon gut gepasst halt, ne? Man hat das auch deutlich gemerkt, die Leute vom Privatanlegerverhalten halt, was sehr, sehr, sehr markant gewesen, ne? Wie auf einmal da unten alle im Tief sehr shortisch orientiert waren, kurze Long-Positionen, zwar viele drin hatten, aber dann auch ganz, ganz, ganz früh schon rausgenommen haben und das sind, ähm, dann hat er eigentlich genau das bestätigt, was wir hier gesagt haben, ne? Dann hat er dann genau das gemacht, was er ganz oft zum Donnerstag macht, unten angeschrochen, dann hochgezogen und wenn es jetzt noch fehlen würde, wäre er Freitag oben raus bis, äh, Tagesschluss, Wochenhoch, äh, Wochenschluss auf Wochenhoch, so in die Richtung. Also, da wäre auf jeden Fall oberseitig Platz. Oberseitig Platz wäre im, ich sag mal, Normalzustand so bis so, 27, 37, ne? Dann stößt er wieder an seine Verkeilungslinie, können sich nochmal überlegen, ob er dort einen auf die Nuss bekommt oder eben nicht. Das heißt, das wäre relativ einfach, erreichbar, alles, was da drüber geht, ist Übertreibungscharakter. Wenn, wenn ihr seht, der haut über 37 ab, klemmt euch vielleicht dann doch die ein oder andere Short-Idee halt. Na, also, könnt machen, was ihr wollt, aber wenn er übertreibt, kann der auch bis in den Montag noch rein übertreiben halt, ne? Also, dann gibt es nicht viel Grund, warum die Übertreibung schon am Freitag dann enden sollte, wenn er dann am Donnerstag unten raus angezogen hat, auch vollkommen ausgekondert hat, starke dynamische grüne Kerzen gestellt hat, zum Freitag nach oben anzieht, über einen Übertreibungsmuster rausgeht, würde ich dann eher denken, läuft das dann auf einen Kontaktmontag zur 15.49 hinaus. Deswegen da einfach ein bisschen aufpassen, aber das wäre jetzt oberseitig die Dings. Grundsätzlich dennoch, dennoch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht zu sicher sein, ja? Ihr kennt das, deswegen sprechen wir immer über beide Seiten, einfach aus dem Grund, weil wir gar nicht wissen, was kommt, na? Wir haben zwar eine vielleicht erhöhtere Wahrscheinlichkeit jetzt nach oben, aber es bleibt trotzdem eine Restwahrscheinlichkeit. Und, ähm, auch wenn das der eine oder andere immer wieder kritisiert, ist es nicht, mein Antritt zu sagen, es geht steigt morgen, geht morgen früh long rein, 8 Uhr geht 22 Uhr long raus. Das halte ich nicht für richtig, weil ich es für besser halte, für richtiger halte, wenn man handelt, was man sieht. Wenn man handelt, mit dem Markt einfach versucht mitzuschwimmen. Und das kann dann heute mal kurz short, dann direkt wieder long. Das ist, wir müssen uns einfach dem Markt unterordnen halt und mitgehen. Weil das ist stetig die Devise. Und da ist das so, das, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, dass das zum Freitag sehr offensichtlich ist, oben raus. Wenn ihr das schon anspielt und wir sehen, geht auch über 6,70, der hält sich über 6,30 und der ist gut drauf. Na, dann ist das long. Dann darf man das handeln. Dann darf man auch handeln, was man sieht. Dann sollte man sich nicht hinstellen und sagen, na, das ist jetzt aber zu offensichtlich, da gehe ich mal short dagegen. Das will ich euch nicht sagen. Was ich aber euch sagen will, ist, wenn der nach unten anfängt, loszutreiben, und da kommt nichts Grünes rein, da kommen keine grünen Stundenkerzen rein, da kommen keine fetten grünen 5 Minuten, 15 Minuten Kerzen rein, völlig egal, wo ihr guckt, dann stellt euch da auch nicht unbedingt rein und sagt, er muss jetzt unbedingt bis Tagesende steigen. Weil der hat nichts rückzustehen lassen, wo man sagt, da könnten sich Käufer irgendwie ein bisschen formieren und zusammen irgendwie versuchen, das Ding hochzuzerren wieder. Der hat kein Rücklauflevel. Das heißt, wenn er Probleme runterzukriegt, im Zweifel läuft die komplette Strecke, die er am Donnerstag hochkommt, und macht er zum Freitag wieder zurück. Wenn er Schwäche zeigt, weil er hat nichts drin. Die 600, die ist noch so, das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, na gut, das fände ich noch bullig. Da hat er ja die letzten Tage jetzt von unten immer so von unten dran rumgeschrubbert. Wenn er jetzt von oben auf die 600 aufsetzt, so früh, 9 Uhr, kurz mal einfach so drauf, vielleicht 9.10 Uhr noch, einfach mal so draufsetzt auf die 5.600 Uhr und er dreht sich dann nach oben, ich glaube, dann wird es Tagesschluss am Tageshoch. Dann hätte er einfach eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Also wenn ihr sowas seht, 6.10 Uhr oder 600, und danach macht er hier oben über das Hoch drüber, über die 6.50, 6.60, dann gibt er ihm Raum. Dann gibt er ihm Raum bis 37 und entweder macht er dort zur Seite, aber ich glaube, also, ich will das eigentlich, also, ich, der ist jetzt hier viermal dran gewesen, er ist auch dreimal dran, wenn man es von dem Hoch ansetzt, von dem Hoch fände ich es richtig dran zu setzen, weil hier die Bewegung begonnen hat, hier ist es tiefer und tief. Dann hätte ich hier jetzt drei Kontakte, er weiß es nicht, es riecht mir etwas danach, wie als würde er dann da durchsteigen. Ja, und, ähm, nimmt dann die Trendlinie einfach raus und beschleunigt sich ein bisschen nach oben, weil, wir haben ja drüber gesprochen, Verkeilung, dynamisch nach unten auflösen, das war ein Trigger dafür. Und den hat er, das ist Fehlsignal, da haben wir gestern drüber gesprochen, das ist Fehlsignal auf der Unterseite geworden, ich weiß nicht, weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, also, Fakt ist, dreht er 600 wieder hoch und macht die Hochres für mich lang, ich könnte mir vorstellen, dass er an der 37 oben raussteigt, dass er durchsteigt, ich würde, das heißt, deswegen aber vielleicht trotzdem laugen Positionen in dem Bereich einfach reduzieren, ne, kann man ja wieder reinnehmen, wenn er dann wirklich zeigt, dass er durch will und absolut stabil dagegen drückt, kann man die im Zweifel auch wieder reinnehmen, ne, und wenn man sieht, alle Privaten, die hauen hier nur schon dagegen und immer mehr und immer weiter und all in und so weiter und so fort, dann, 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 dann sind das gleiche Punkte, die man sich hochzuholen kann, ne, das ist mir ganz wichtig, aber eben auch unten, so alles, was unter 600 geht, da wäre ich vorsichtig halt, ne, also, 550 ist ein schöner Rücklauf, 510 ist ein schöner Rücklauf, aber, ich glaube nicht, dass der sich dann da gedreht kriegt, also insbesondere auch, wenn er noch am Nachmittag fällt, Entschuldigung, glaube ich, dass er durchaus das Ding wieder zurück, dann stellt er sich per Tagesschluss hier an eine 14, an eine 15,485, wenn er schwach ist, wenn er so schwach ist und sich, und sich wirklich wackelig zeigen will, dann macht er Tagesschluss 15,485 und der würde sich blüßig auffassen, ich glaube, alles andere geht eher weiter oben raus, alles, alles andere geht eher weiter oben raus, das heißt, alles, was hier oberhalb von 600 passiert, hätte eher erhöhte Wahrscheinlichkeiten, oben raus zu gehen, und deswegen schaut einfach ein bisschen, guckt euch den früh gleich an, nicht unbedingt die ersten Minuten gleich werden, aber lasst es mal so, nachdem der Xetra-Start durch ist, so die folgenden Minuten dann, ich denke, alles, was dann so nach 10 Uhr ist, da kann man dann schon viel drauf geben und integrativ einfach für sich werten, ich würde nicht gleich so 8.05 Uhr die ersten Kerzen bewerten oder 8.20 Uhr, keine Ahnung, ich würde schon den Xetra erstmal noch durchlassen und dann gucken, aber es ist ganz klar, eigentlich hier jetzt auch aus dem Tagesschart, macht er jetzt genau das, was wir, können wir nochmal drauf gucken, was wir jetzt die letzten Tage immer mal angesprochen haben, er steigt jetzt am Band ran, hat sich das Band jetzt hochgedreht und er steigt jetzt an und das wird nicht mehr lange dauern, dann kommen da die ersten Kerzen, die aus dem Band rausgehen, weil er verpasst jetzt langsam die Chance, sich hier wegzudrehen, das muss dynamisch kommen halt, das muss mit mehr Stoßkraft kommen, so wie das hier der Fall war, das ist so schön gemacht, die erste Kerze sah ja auch noch gut aus, aber die dritte halt schon nicht mehr, deswegen haben wir da gesagt, er geht deutlich Fahrt raus, da haben wir schon, ich glaube für den 28. hat man schon gesagt, das ist eher eine Tageskerze, wo er wieder zurück ans Band springen kann, so wie er den Tag vorher geschlossen hat und das muss man hier ganz klar sagen, es erhöht, das Bild erhöht die Wahrscheinlichkeit nach oben, schon deutlich, und die sind so steil hier, also an der kann er auch eine Weile hochkrabbeln, da muss man schon ein bisschen aufpassen dann halt, hole ich das mal ein bisschen runter hier, ja, aber kann man nicht negativ werden jetzt momentan halt, das ist eine positive Chartlage, grüne Tageskerze, höchster Tagesschluss ever, möchte ich behaupten, ist es auch der höchste Tagesschluss, den wir mal gesehen haben hier auf der Kursindikation, da kann man nicht viel Schlechtes sagen, deswegen, Wahrscheinlichkeit erstmal nach oben gerichtet, passt aber trotzdem auf, wie gesagt, das ist schon recht offensichtlich, wenn der Schwäche zeigt, und ihr merkt, die hauen alle lange dagegen, dann macht da ein bisschen vorsichtig, naja, also das wäre dann auch nicht, das wäre dann typisch Dax halt einfach, das wäre nicht, das wäre nicht ungewöhnlich, wenn ihr dann plötzlich den kompletten Freitag rückwärts wieder abrollt halt, ne, und einfach die Leute so, Stinggefinger ans Gesicht hält, und schön in der Nase drin rumpuppelt, bei denjenigen, ja, und die Hände, er hält halt den fest hin am, hin am Rücken, dass die sich bewegen können, und er hält den Stinggefinger ans Gesicht, schön auf der Nase, spielt er dann rum halt, ne, bis alle keine Lust, wir haben Dax zu handeln, so ist der Dax, so kennen wir den, aber er macht das mit dem System, deswegen können wir uns ja auch vorher drauf vorbereiten, auch hier mit den Fehlausbrüchen haben wir drüber gesprochen, und eben dementsprechend würde ich mich einfach wappnen, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er eine deutliche Schwäche zeigt, weil die Erwartungshaltung auf den Tag ist ja ganz klar nach oben, das heißt, da ist nicht viel Spielraum, um unten rum zu fummeln, da passt fast nicht halt, ne, also, wenn da jetzt nicht die Käufer wie geil drauf anspringen, auf das, was jetzt hier am Nonnerstag passiert ist, dann passt fast nicht, dann sind doch noch zu viele Verkäufer drin, ne, und dann steht er schnell hier wieder unten, okay, ich hoffe, es hilft euch, ansonsten, ähm, schon mal schönes Wochenende, und, ähm, holt euch eure Punkte hier, wollt ihr nicht zu viel wollen, immer, ne, kleine, kleine Etappen traden, ist meist, äh, wesentlich ertragreicher, unterm Strich am Monatsende, zum Beispiel, wenn man versucht, den großen Schuss zu landen, der dann eben nie klappt, und immer wieder nur im Stop-Loss endet, ne, ähm, hat man meist ein wesentlich mehr gekonnt, wenn man versucht, kleine Brötchen zu backen, Stück für Stück, mal in den Augen, mal schaut, nicht immer, nicht immer so fest brennen, auf irgendwas, weil man glaubt, äh, anhand der Nachrichtenlage, müsse der Markt irgendwas ganz besonders machen, das ist sehr, 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 sehr gefährlich, und funktioniert in der Regel halt auch einfach nicht, hm, gut, also, dann wünsche ich euch was, und wir hören uns, am Sonntag wieder fürs Video zum Montag, bis dahin, tschöö. und wir hören uns,